50 Meter bis zur Startmarke Das Edmund Toddington für Engster und Wallache 2016 ist gestartet Laskari beginnt mit einem Fehler Und Dream Baker hat sich sofort das Kommando gesichert Außen ist Mr. Firecracker in der zweiten Position Drittes Pferd ist dann Black Hawk In der vierten Position dann Oskar Narsat mit Hofner Laskari ist aus der Partie Dream Baker hat das Kommando und führt gegenüber Mr. Firecracker 0-7-8 war die erste Zwischenzeit Und Dream Baker führt das Feld jetzt nun aus dem Bogen heraus Die Nummer 7 ist blau Mr. Firecracker genügte nicht mehr der Gangart Und ist jetzt nun auch aus der Partie Das Feld ist jetzt nun vor den Tribünen An der Spitze ist Dream Baker Die Moller mal Pferde sind 1-2 Dann ist Black Hawk in zweiter Position Und vor den Tribünen attackiert jetzt nun in zweiter Spur Black Hawk Die Pilotin in der dritten Position ist dann Hofner und dann haben wir Oskar Narsat Vor dem Ziel geht es jetzt nun auf die Schlussrunde 15-4 war die zweite Zwischenzeit An der Spitze Black Hawk vor Dream Baker, Hofner und Oskar Narsat Es geht hinein in den Trotto.de-Bogen und an der Spitze Black Hawk mit einer Länge gegenüber Dream Baker Dahinter Hofner und Oskar Narsat Und alles wie unverändert im Apple Tonnington für die Ängste und Wallache 2016 Es sind nur noch vier Teilnehmer Es geht nun auf die Überseite Weiterhin an der Spitze Black Hawk Dahinter Dream Baker Drittes Wert ist Hofner Dann Oskar Narsat 14-1 war die Zwischenzeit Mitte gegenüber Black Hawk mit einer Länge Vor Dream Baker Dann Hofner Oskar Narsat wird in zweiter Spur eingesetzt Mitte gegenüber An der Spitze weiter ein Black Hawk Dahinter dichter Dahinter Dream Baker, Hofner rückt immer näher ran Dann Oskar Narsat Nach 500 Meter bis zum Ziel Und Black Hawk ist weiterhin an der Spitze führt Gegenüber Dream Baker Dann Hofner Oskar Narsat musste wieder abreißen lassen Es geht durch den Schlussbogen Black Hawk vor Dream Baker und Hofner Dahinter Oskar Narsat Es geht durch den Schlussbogen Black Hawk mit einer Länge vor Dream Baker Der wechselt in die zweite Spur Dann Hofner Es geht um die letzte Ecke Black Hawk an der Innenkante Außen Dream Baker Der attackiert In der Distanz Black Hawk innen außen Dream Baker Der geht jetzt nur ein Stück besser Und hat jetzt einen Vorteil Aber Black Hawk kommt innen wieder Es wird noch eng Hier Dream Baker oder Black Hawk Dream Baker Dream Baker gewinnt Vor Black Hawk Hofner Und vierter wird Oskar Narsat Letzte Zwischenzeit 11-3 Sieger im Edmund-Toddington-Rennen Für Hengste und Wallache 2016 Wurde die Startnummer 1 Dream Baker In der Hand von Michael Nimczyk Zweiter die 3 Black Hawk Garantieauszahlung In der 3er-Wette Im siebten Rennen starten Elf Pferde Zwei Place-Wetten Das Rennen wird mit dem Auto gestartet Die Renndistanz 1.900